Da stehen die Touristen, also da vor dem Fenster und schauen herein. Ja! Und Zahlen tun sie auch dafür. Ja! Das wollen die Leute heutzutage. Eine schöne Gegend und eine Welt, die wohl auch in Ordnung ist. Wir sind ein lebendes Museum, verstehst du? Äh, nein. Du könntest dich ja weiterbilden. Oder basteln, basteln. Und was sage ich, wenn ich reinkomme? Na, das, was du immer sagst. So, das Süppchen. Ein bisschen mehr Action wäre einfach nicht schlecht. Ah! Schau mal nur, Heidi, ich gehe... Judi, 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 judi. Doch, doch. Das hat sich mal wieder rentiert. Spinne jetzt alle wieder, oder was? Das geht uns doch gut, oder? Ich meine, so viel Kohle wie jetzt haben wir noch nie gehabt. Da ist kein Grund nervös zu werden. Mich kotzt das alles an! Amerikaner! Du kannst es tun! Ich weiß, du kannst!